Hier auf dem Parkplatz gibt es das U-Kleiser, so ein Vordersteil. Drei Stück, Minke ist sogar frei, kann man ja auch mit so gratis. Bin mal gespannt, über uns im Fortfahren. Ladepreis 47 Cent, die ist für Kilowattstunde. Das ist zwar nicht günstig, aber es ist besser als die Preise im Roaming. Wie sieht ein verbundenes Ladepunkt aus? Ah, cool. Vielleicht muss man auch wieder so was ich da... Ja, ich stehe rein schicken, oder? Ah, das ist jetzt so entregend hier. Das heißt, man kann ja direkt hier so mit einer Karte fahren. Wenn wir das hier so Sprache rennen, dann kann man auch. Deutsch und Englisch, wenn wir Englisch. Für alle so internationalen Zuschauerinnen, geht da eine Schale in der City. Nein, das Ladevorgang ist nicht mehr so offiziell und nur so ehig. So kenne ich nur eine Maximale Ladezeit von zweieinhalb Stunden. Ladezeit von neun bis 20 Uhr. Es sind drei solcher Wohlbeider-Ladeschaftsruppen hier. Und das ist für Frieden. Einmal muss man nicht mehr so weit über die Sachen. Ja. Oder vielleicht ist mir so Karten jetzt dafür da, dass man nicht mit Parkübern sein muss. Ja. Das ist das Hausseign. Ja. Ein Euro je so 30 Minuten. Also zwei Euro pro Stunde. Das kann man auch mit Karte zahlen. Aber für die Elfhaus muss man nicht das Parken hier auch an. Es ist leider nicht mehr so. Ich sehe es so kostenlos. Das ist derechos. Aber schon. Also die hillers machen. Verse 100 refusalすれplease und laut für viele Gas geben wird.